In der Arbeit mit Leistungssportlern und Patienten realisieren wir in der Optometrie seit einigen Jahren, dass verschiedene Sehfunktionen und Fähigkeiten veränderbar sind. Wir sehen Zusammenhänge zwischen Körperhaltung, Muskulatur, Nervensystem und visueller Wahrnehmung. Durch die Aktivierung der stabilisierenden Muskulatur können Sehfunktionen sofort verändert werden. Es ist erwiesen, dass das Gehen auf weichem Naturboden optimale Voraussetzungen dafür bietet. Der GNL-Schuh bringt diese Bedingungen auf den Asphalt.